Willkommen zu dieser Folge. Trials Fusion. Mit schweren Maps. Und ich habe eben schon eine Folge gemacht mit schweren Maps, die ich... ...löschen musste, weil ich keine einzige gekriegt habe. Und echt die Tränen da, aber... Und die sieht auch nicht gerade besser aus. Oh, du kannst es sehen. Oh, okay. Oh, Gott. Oh. 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 Von Bani habe das nicht so was geht in dem Spiele. Oh. Kommt die Autobahn hier am Ruhig an? Das ist frustrierend. Und wie er jetzt sagt, ist das nicht so schlimm. Der hat das noch nie gemacht hier. Aber dies läuft einigermaßen flüssig. Bis jetzt jedenfalls. Nein. Nein, so auch nicht. Und so ist es recht nicht. Ich habe es geschafft. Ich habe eine schwere Milch bewältigt. Und das hat noch zwei Minuten gedauert. Das heißt, ich kann noch eine. Geil. Ja. Probieren wir die. Der hat kriegen wir hin. Sicherlich. Pumofolter dieses Spiel. Ja. Geil. An ihm mal richtig gestartet und auf die Fresse gelegt. So muss das sein. Ach. Die Art von Maps kenne ich. Ist das nicht eine der Maps, die Pete Smith gespielt hat? Also jetzt von gestern. Ich hoffe nicht. Das ist ja nämlich feindlich. Okay. Der spielt jetzt aber auch schon länger als ich das spiele. Mal abgesehen davon haben die Dalu Card. Ich weiß nicht wie man das macht. Ich weiß es. Ich bin ganz doof das umzusetzen. Kann schon. Berger. Guck. Macht null Versuchung. Ich kann es doch noch auf den First Strike schaffen. Ich kann es noch auf den First Strike schaffen. Nein. Nicht so. Ach, scheiße, mein Auge tränt. Ach, nach Folge habe ich ihr erzählt, dass ich aussehe wie ein Piraten-Motor. Das könnte jetzt alles gar nicht mehr hören. Ich... naja, das erzähle ich halt nochmal. Ich sehe aus wie ein Piraten-Motor. Ich habe eine Augenkleppe auf. Mein Mundwinkel ist ein bisschen angezogen, als hätte ich so viel rumgesogen. Und ich rehe den bisschen kirchlich. Im Grunde habe ich alles, was ihr im Pirat habt. Besser war das Gold, die Weiber, die Sehviertels, aber die Woche ist noch jung. Ich schenk den Zehner wieder. Holzwein fehlt noch. Was hat er am meisten? Nur der Käpt'n. Und Käpt'n kann ich sein, dafür bin ich zu schlecht im Trials. Wo ist denn da der Checkpoint? Du Ochse. Wann, wo ist der Checkpoint da? Wahrscheinlich hat er sich gedacht, die Kinderkacke können doch jeder, da brauchen wir auch kein Checkpoint. Da hat er aber nicht mit mir gerechnet. Käpt'n unfähig. Super dumm. Professor Hirnwurst. Mr. Not-very-fantastic. Ach, kann ich mal unterdrehen, ey. Was ist denn los, Berger? Du warst mal ganz gut in dem Spiel. Nein, war ich nicht. Aha, stimmt. Das gibt's doch nicht. Ja, also. Ja, über Checkpoint. Fick dich. Andere Map. Geht's doch nicht irgendwas Mittleres oder so? Ach ja, Gott, flinkst so einer. Dann kann ich die machen, krieg der gleich ne halbwegs brauchbare Folge raus hier. Das heißt, ich kann nicht mal ein Auge zudrücken. Ich kann ja immer da auf dem Rasen fahren. Nichts gegen Homos. Aber nur Homos. Das kann doch nicht angehen, warum bist du nur so blöd, Berger. Das war ich schon zum Geburtsch. Okay. Ich erinnere mich. Ja, das kann ich jetzt garantiert knicken. Naja. Ach, du bist doch echt nutzlos. Du bist so unglaublich. Du bist so unglaublich schlecht in diesem Spiel. Ja, ich weiß. Hab doch die Fresse. Du Sackgesicht. Dann drückt der nicht nach vorne, der Idiot. Und dann drückt der nicht nach oben bei der Landung, der Idiot. Das war nichts. 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 Warum gehst du diesen 1 mm nicht hoch mit diesem scheiß Motorrad? Du nutzloser Haufen. Schande der Evolution bist du. Ach, jetzt auf einmal machen wir checken uns. Ah ne, das war die andere Map, die ich nicht gemacht hatte. Okay, ich mach zurück. Scheiße. Ach, was hab ich denn gemacht? Jetzt gehst du am ersten Mal nicht hin, hast du es echt unglaublich schwer auf einmal. Oh, war nicht richtig. Wo muss ich denn da hin? Ach, ich muss da runter, okay. Das muss man auch mal gesagt haben, ne. Wer soll der Dettig so schnell fahren? Puh. Aber auf jeden Fall. Ach, da. Ach, da. Ach, du heilige. Ach, du heilige. ich auch kommen Das ist ja immer so geschafft. Das ist ja immer so geschafft. Ich glaube, die Frage geht jetzt noch zu kurz. Sorry, Leute. Aber noch irgendwas Schönes, was so schnell geht. Warum wird das noch mal schnell? Wie gesagt, ich werde sie irgendwann hinkriegen. Ich muss es echt nur üben. Mal mal ein paar Leute zu gucken. Oder die Trainingdinger noch mal genau durchgehen. Gucken, was ich falsch mache. Ja, ja. Oh. Kaltmodaille. Das war kurz. Sogar sehr kurz. Der ist aber jetzt wirklich die Letzte, die ich mache. Ich glaube, ich will dich dabei kotzen. Ich fange jetzt wieder von ganz nach vorne an. Oh ja. Allt. Schade. Ist es jetzt echt so weit, dass ich dich leicht noch nicht mehr hinkriege. Nichts? Ja. Oh ja. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Was soll das denn, was er da rausspringt? Nein! Kann ich den Sprung nochmal machen. So, die war da schon nie mehr. Ja, ein bisschen seltsam, aber insgesamt schön. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Und ich wurde von diesem Spiel heute gequistet. Und das ohne Vaseline. Also sage ich jetzt einfach mal, ein freundliches und familienfreundliches, auf Wiedersehen. Tschödelü!